Einfach back in Germany stream, Bro. Deutschlandwetter macht jetzt bestimmt Depri ohne Sonne. Und als ich gelandet bin in Deutschland, ne, Digga, erst mal am Zoll haben die mich hops genommen, eine riesen fucking Diskussion ausgebrochen. Im Zug, Bro, wohnst du jetzt wieder in Deutschland oder ist das nur Urlaub? Ich hab da keine richtigen Pläne mehr gemacht. Ich hab einfach auf mein Bauchgefühl gehört und mein Bauchgefühl hat mir gesagt, so, Bro, angekommen, erst mal 16 Stunden durchgeschlafen, Bruder. Ganz krasses Feeling, Digga. Können nur die Leute verstehen, die auch mal irgendwie länger als 3-4 Monate im Ausland waren am Stück, so. Bro, es gibt keine falschen Entscheidungen. Alles, was du machst, ist richtig. Und wenn du daran glaubst, Digga, dann ist es auch so. Ai, 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 ai. Gott damn, Freunde, was geht ab, Leute? Struggle it out, man. Einfach back in Germany stream, Bro. Wehe ich schon, wie das läuft, man. Was geht, Leute? Leute, gib mir die Coldness-Vibes, man. Stößchen auf den Nacken. Jetzt sind die Fragen schon wieder am Start. Ich seh schon. Wieso wieder back in Germany? 2G it in, man. Jetzt kann ich mir das erstmal, die nächsten 15 Streams kann ich mir jetzt anhören, warum ich wieder in Deutschland bin. Genauso wie ich in Mexiko war, kommst du wieder zurück nach Deutschland? Wie geht's euch, Leute? Ich hab gedacht, ich komm jetzt einfach mal live auf Struggle. Ich bin hier gerade in einem kleinen Hinterzimmer von meiner Mom. Ja, hier werde ich jetzt auch erstmal eine Zeit lang bleiben wahrscheinlich, weil ich hab ja, wie ihr wisst, hab ich ja meine Wohnung in Mannheim damals aufgegeben gehabt, bevor ich nach Mexiko gegangen bin, beziehungsweise mittendrin. Deutschland Wetter macht jetzt bestimmt Depri ohne Sonne. Bruder, ich sag mal so, das sind so gemischte Gefühle irgendwo am Start, ne? Ich mein, ich bin gestern erst gelandet, also ich bin auch noch so lange nicht da und war jetzt die ganze Zeit auch am Rummachen hier, dass ich das Setup hier auch hinbekomme. Hab meinen Bildschirm abgeholt, den hat mein Bruder die Zeit lang benutzt. Ich hab ja noch ein Auto hier, den VW, den alten Ghetto 6-8 VW. Da musste die Batterie ausgetauscht werden, hab ich die Batterie kurz ausgetauscht, bin so ein bisschen rumgefahren und gedrived. Und als ich gelandet bin in Deutschland, ne, da hab ich natürlich auch wieder direkt die volle Breitseite Germany in meine Fresserei bekommen. Digga, erst mal am Zoll, haben die mich hops genommen. Ihr habt's ja mitgekriegt, ich hab in Mexiko mein, 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 mein fucking MacBook verheizt. Und, äh, dann hab ich ja, weil ich weitermachen wollte, mir ein Mac Mini gekauft, so. Und hab natürlich nicht darüber nachgedacht, dass wenn ich damit nach Deutschland einreise, dass dann irgendwie was verzollt werden muss. So. Dann bin ich da, steh ich da am Zoll, dann ziehen die natürlich genau mich auch wieder raus, hier, einmal Kontrolle, einmal alles durch. Ich hab gar keine, ich hab gar keine, ähm, so Befürchtungen gehabt. Ja, komm, easy, komm, check ab und so. Und dann holt er den Mac raus, so, wo hast du den denn gekauft? Und dann denke ich, in dem Moment denke ich mir so, ach du Scheiße, Digga. So, dann haben die natürlich geguckt, was kostet der, dann musste ich da in dieses Büro rein und dann musste ich das noch im Nachhinein versteuern. Ähm, ist gesetzt, Digga, aber da hast du dann direkt wieder gemerkt, so, Deutschland, regelkonform, alles läuft nach gewissen Regeln hier und wenn du dich nicht dran hältst, dann musst du bezahlen, so. Also musste ich den Shit dann noch versteuern. Äh, zum Glück wurde ich mit meinem ganzen Koffer nicht angehalten, aber ich hab auch eigentlich sonst nix mehr. Also das war quasi direkt, nachdem ich meinen Pass gezeigt hab, die kleine Passkontrolle im Handgepäck, mit meinen großen Koffern wurde ich zum Glück nicht angehalten, weil die nämlich gerade jemand anderen kontrolliert haben. Und da war sogar der Typ dabei, der, also da waren sogar die Leute dabei mit den Kameras, Bro, für das Kamerateam. Frankfurt, Flughafen, Zoll, kennt der ja. Fucking RTL 2 oder so den Scheiß, wo die dann da rumlaufen und dann Achtung, Kontrolle, glaub ich, heißt die Scheiße. Da bin ich zum Glück nicht reingekommen, so. Das wär aber lustig gewesen. Stell dir vor, ich wär direkt da gewesen und wär direkt im Fernsehen gelandet, so. Corona-Leugner-Love-Look ist wieder back. Scheiße, Digga. Auf jeden Fall, so halt direkt Breitseite bekommen. Brutal, Digga. Musste ich den Shit noch versteuern und dann, hör zu, das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Danach Zugticket gekauft und musst du dann rüber nach Hannover fahren, ne? Weil ich jetzt hier grad bei meiner Mutter bin. So, bin ich rüber nach Hannover gefahren, sitz im Zug drin. Digga, und dann gegenüber, so schräg gegenüber von mir sitzt eine Dame, die hat grad gegessen mit ihrem Mann und getrunken und dies, das und hat natürlich keine Maske dann aufgehabt, weil die getrunken hat. Und irgendwie zwei Minuten, nachdem die fertig waren mit Essen, haben dann die Leute, die so vor mir saßen und da rüber geguckt haben, haben dann direkt einen Aufstand gemacht. So, warum haben sie die Maske nicht an? Warum haben sie die Maske nicht über der Nase? Und dann ist eine riesen, eine riesen fucking Diskussion ausgebrochen im Zug, Bro, wegen, weil sie keine Maske geträgt hat. Und ich saß so hinten drin, Digga. Ich hab mich natürlich auch eingemischt, so. Natürlich hab ich mich auch stark gemacht für die Dame, so, weil die hat echt nichts Falsches gemacht und die Leute gingen mir so brutal auf den Sack, weil die sich nicht einfach auf sich selbst konzentrieren konnten, so. Und, ähm, dann saß ich hinten im Zug drin, so, und denke mir so, fuck, Bruder. Da bist du jetzt wieder, Digga. Da bist du jetzt wieder, Digga. Weißt du, wie ich meine da? Scheiße, Bro. Krass. Auf jeden Fall, welcome to Germany, so. Genau der ist das, Digga. Brutal. Aber nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite muss ich sagen, als ich dann hier nach Hause gekommen bin, meine Mom gesehen hab, zum ersten Mal wieder in den Armen genommen hab, nach zehn Monaten. Und auch irgendwie das Gefühl auch, Deutsch zu reden wieder, wenn du irgendwo was bestellst, einfach nur mit den Leuten halt vernünftigen Kontakt haben können, Digga. Weißt du, wie ich mein so? Und, äh, das hab ich halt für mich persönlich vermisst. Ich bin jetzt heute rausgegangen, ich war bei Mediamarkt, ich war, wo war ich noch? Auf jeden Fall bin ich bei Mediamarkt reingelaufen, da hat mich auch direkt einer erkannt, so, ey, Bro, du bist doch YouTuber und so. Das ist natürlich dann irgendwie geil, weißt du, wie ich mein, das fühlt sich dann so an, als ob man irgendwo dazugehört. Und, ja, Digga, das ist dann, man ist wieder zu Hause in seinem Land, so. Das darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall. So, wieder das Sprechen. So, das, vor allem, also, wenn ich jetzt gutes Spanisch gekonnt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr Vibes drüben gehabt, so. Aber dadurch, dass ich kein Spanisch konnte und auch, man hat sich halt immer gefühlt als, ähm, als Gringo halt, ne, als Tourist, so, und so wurde man halt auch behandelt. Und hier ist es halt nicht so. Auch wenn ich eine andere Hautfarbe hab und manche Leute sogar hier dann angefangen haben, mit mir Englisch zu reden am Flughafen, weil die nicht gedacht haben, dass ich deutsch bin, hab ich hier so ein Heimatgefühl einfach in Germany. Und das fühlt sich auch wieder gut an. Wohnst du jetzt wieder in Deutschland oder ist das nur Urlaub? Ähm, Bro, das ist, äh, kann ich dir so gar nicht beantworten. Genauso wie ich das drüben dir nicht beantworten konnte, weil ich nicht wusste, wie lang ich bleibe, wann ich woanders hingehe und so, kann ich dir das jetzt hier eigentlich auch nicht beantworten. Weil für mich war es einfach, ich wollte wieder eine Zeit lang zurück in mein Land, so, und werde jetzt hier eine Zeit lang verbringen, werde schauen, was sich so für mich ergibt und dann werde ich aber definitiv mehr reisen, so, ne, scheiße, ich muss auch wieder zum Friseur, definitiv werde ich mehr reisen und ich werde auch definitiv bald wieder in ein anderes Land gehen und mir das angucken, vielleicht auch wieder zurück nach Mexiko gehen, so, ich hab da keine richtigen Pläne mehr gemacht, ich hab einfach auf mein Bauchgefühl gehört und mein Bauchgefühl hat mir gesagt, so, Bro, so, irgendwie zieht's dich zurück in die Heimat, irgendwie hast du Bock mal wieder Deutschland zu erleben und deswegen hab ich's einfach durchgezogen, weil ich mich irgendwie nicht mehr wohl gefühlt hab, aber wie es weitergeht, kann ich dir nicht sagen, Bruder, kann ich dir nicht sagen, alles gut, Bro, bis herzlich willkommen, Bruder, Dankeschön, Digga, dass ich willkommen bin, Bro, danke, dass ich zurückgehen kann in mein Land, nein, dankeschön, wirklich, Liv fragt, Liv fit in fragt, wie geht's dir wieder hier zu sein, hab ich versucht eben so ein bisschen grob zusammenzufassen, ist ein, ist ein zwiespaltiger Vibe so, aber ich fühl mich gerade gut, ich fühl mich gerade richtig gut, Hannoverana und Monoma, wie ich, Bro, flex it out, man, Selman, flex it out, motherfucker, wir haben was gemeinsam, Bro, erstmal wieder Shisha, oder, nee, Digga, lass mal, lass mal, Digga, das hab ich mir irgendwie abgewöhnt, oh shit, the high FPS, abonniert auf Stufe 1, danke für den Support, Bro, dabei ist alles main, angekommen, erstmal 16 Stunden durchgeschlafen, Bruder, einfach 16 Stunden durchgeschlafen, Bro, stell dir mal vor, ich wollte gar nicht mehr aufstehen, und ich hätte auch noch, ich hätte auch wirklich noch weiterpennen können, und dann stehst du auf, und es ist einfach grau, Digga, Digga, das war für mich so ein Flash, Digga, ich steh auf, einfach grey, Bro, ich hätte direkt mich wieder hinlegen können, so, und es ist den ganzen Tag einfach nicht hell geworden, es ist nicht hell geworden, da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, so, siehst happy aus, sagt Liv, ja, ich bin gerade auch echt happy, hier zu sein, so, ich bin auch, ey, ich war eben bei meinem Bruder zu Hause, Digga, der lebt ja in einer WG mit ein paar richtig coolen Leuten, so, dann haben wir ein bisschen den seine Mucke reingezogen, und so, es ist ein geiles Feeling, Digga, wie gesagt, ist und bleibt die Heimat, so, das bleibt so grau und nebelig, ja, ja, ihr müsst euch auch vorstellen, für mich ist das so eine ganz andere Lebensrealität auch wieder hier, so, alles, meine Haut ist trocken, Bro, ich hab einfach eine trockene Haut, Digga, das hört sich jetzt dumm an, aber das ist einfach so, so, ich muss jetzt wieder meine Hände eincremen, weil meine Haut trocken ist, so, ich muss, ich kann, wenn ich auf Toilette gehe, kann ich einfach, äh, fucking Toilettenpapier in die Toilette reinschmeißen und dann spülen, so, das ging halt in Mexiko alles nicht, deswegen, das ist so richtig, richtiger Flash für mich, und ich war ja nicht nur zwei Wochen da, so, ich war ja wirklich zehn Monate da, und hab mich auch drauf eingestellt, so, dieses, so, weißt du, da zu leben, so, deswegen, ganz krasses Feeling, Digga, können nur die Leute verstehen, die auch mal irgendwie länger als drei, vier Monate im Ausland waren am Stück, so, oh shit, Selman mit 100 Bits am Start, ich küsse dein Herz, Bruder, danke für den Support, Bro, all eyes on me, schreibt gerade, fang an wieder mit Komm ins Café, sagst du ja, hättest du Bock oder was, sind eigentlich Dinge, die ich auch hier drin habe, so, ich will nicht drüber reden, ich will einfach machen, ne, also, ich hab auf jeden Fall auch vor, wieder in Deutschland hier Content zu liefern, geilen Content zu liefern, und euch wieder zu versorgen mit geilen Sachen, so, ne, die ihr euch auch reinziehen könnt, und dann wird's wahrscheinlich dann wieder mal auf Reisen gehen, und dann werde ich da wieder ein paar Vlogs machen, so, aber ich, ja, ich hatte das am Ende auch nicht mehr das richtig, also, ich hatte das richtige Equipment zum Vlog nicht mehr, ich wäre gerne von Mexiko aus dann, woanders noch hingegangen, aber ich hab mir da, ja, dadurch, dass mein MacBook kaputt war, und ich hier stationär ein PC hatte, ein Bildschirm, Boxen, ein Scooter und so, hab ich mich nicht so frei gefühlt, dass ich gesagt hätte, reis weiter, so, für mich war das, geh erstmal wieder zurück nach Deutschland, mach da wieder das, was du fühlst, das, was deine Bestimmung ist irgendwo, und dann kannst du immer noch wieder weiter reisen, so, weißt du, ich muss auch auf jeden Fall weiter reisen, weil ich immer noch auf der Suche nach der Heimat bin, wo ich mich am wohlsten fühle, mit Deutschland zusammen, und dann ist, glaube ich, mein Ding zu pendeln, so, aber dazu will ich auch das richtige Land finden, Mexiko ist für mich eigentlich abgespeichert, als ein brutal schöner Urlaubsort, aber nicht, was, wo ich mir vorstellen könnte, langfristig zu leben, so, bis jetzt, warten wir mal ab, warten wir auch erstmal ab, wie es mir hier in Deutschland geht, so, ich hab einen Backup Plan, ich hab meine Sachen bei Justine gelassen, das heißt, wenn ich gar nicht klar komme, kann ich einfach mich in den Flieger reinsetzen, und wieder ab nach Mexiko, Bro, ist gut, in DE fangen sie jetzt an, Fitnesscenter nur für Geimpfte zu machen, naja, hab ich alles mitbekommen, Bro, ab morgen gilt in Hannover 2G, auch in allen Restaurants, Diskotheken, Fitnessstudios, is what it is, was soll ich dir sagen, einer sagt, wirst du dich nochmal zum ganzen Corona-Stuff äußern, hat sich ja einiges verändert, seitdem du weg warst, zum Negativen, gute Frage, nächste Frage, ich glaub nicht, ich glaub nicht, also ich werd einfach gucken, wie so, Bro, ich hör da auf mein Gefühl, Bruder, wenn ich irgendwie das Gefühl hab, dass ich irgendwas sagen muss, dann sag ich irgendwas, wenn nicht, dann nicht, so, ihr könnt, also müsst verstehen, dass viele Leute, also viele, ihr solltet verstehen, dass das für mich ein riesen einschneidendes Erlebnis war, so, nachdem ich mich dazu geäußert hab, und dass das natürlich dafür gesorgt hat, dass man sich, auf jeden Fall ein, zwei Gedanken vorher macht, bevor man sowas wieder machen würde, so, und dann auch auf die Art und Weise und so, weil, Bro, ich konzentriere mich erstmal auf das, für was ich stehe, und das, was ich bin, Digga, und das ist, äh, eigentlich nicht, äh, Politiker oder Typ, der sich politisch äußert, so, ich bin halt einer, wenn ich das merke, dass es einen Einfluss auf mich, meine Vibes und die Gesellschaft extrem hat, dann bin ich auch einer, der da gerne seine Fresse aufmacht, habt ihr ja gesehen, aber ich bin mittlerweile auch so, ja, dass ich auch irgendwo, auch auf meine eigenen Eier gucken muss, so, und am Ende des Tages hat, äh, sich herausgestellt, was da passiert ist, Bruder, mit mir, und mit meiner Karriere und so, und deswegen, alles cool, Bro. Ich war mit der Erste, und das lassen wir auch erstmal so stehen, jeder soll sich da seine eigenen Gedanken machen, und soll für sich entscheiden, ob er was zu sagen hat oder nicht, aber wenn alle ihre Fresse halten, und keiner was sagt, dann muss ich mich jetzt da auch nicht rein, rein, wieder reinsteigern, so, scheiß drauf. Ja, das Disco Duck 92 fühle ich, Digga, fühle ich, Bruder. Grind mal erstmal weiter, fernab von Politik, genau. Ich hab halt auch geile Sachen, die ich machen kann, ich bin Entertainer mehr, als irgendwie einer, der sich jetzt da so krass irgendwie Ding macht. Was ich mir vorstellen könnte, ist eventuell einen Song in die Richtung mal wieder zu machen, so, weißt du, einfach, wenn ich irgendwas auf dem Herzen hab, oder eine Wut hab gegen das politische System, oder so, dann, äh, fühle ich das auch mehr, das vielleicht in Songs zu verpacken, so, wie ich das auch mit Wach gemacht hab, so, das hat auf jeden Fall mehr, äh, Ding, also, das passt mehr zu mir, als mich hinzusetzen, und dann ein Statement abzugeben, weil ich bin ein emotionaler Mensch, und dann nehm ich die Emotionen lieber, und pack die in einen vernünftigen Song rein, das nehmen die Menschen dann auch immer anders auf, als wenn du dich dann da hinsetzt, so, weißt du, ja, man, aber wie gesagt, fernab davon, ich bin ein Entertainer, Bro, weißt du, ich hab Bock Musik wieder anzugreifen, ich hab Bock auch eventuell ein paar Talks zu machen, ein paar coole Videos zu drehen, einfach das zu machen, was mir Spaß macht, so, aber Bro, wieso kommst du jetzt zurück, wo hier die Frage der Impfpflicht im Raum steht, falscher Zeitpunkt, denn, man, Bruder, das muss jeder Mensch für sich entscheiden, so, weißt du, einen falschen Zeitpunkt, meiner Meinung nach, gibt's nicht, so, und das kann auch ein Mensch von außen nicht einschätzen für jemanden, weißt du, wie ich meine, das muss jeder für sich wissen, wann er wohin geht, wann er welche Moves macht, wann er welche Dinge anspricht, wann er welche Dinge nicht anspricht, so, für mich ist es genau die richtige Zeit, Bruder, das sollte so sein, sonst wäre ich nicht hier, so, und ich bin einer, ich glaube daran, mein Herz hat mich dahin gezogen, und ich ziehe es jetzt durch, man könnte tausend, äh, fucking Themen, raussuchen, warum es der falsche Zeitpunkt ist, Bro, wenn ich darüber nachdenken würde, würde ich nie wieder nachdenken, weil es ist alles so, Spaß, aber, ich mache immer das, was ich fühle, so, solltet ihr mittlerweile mitbekommen haben, deswegen macht euch keine Sorgen über den Zeitpunkt, oder nicht Zeitpunkt, Bruder, es gibt nichts, es gibt, Bro, es gibt keine falschen Entscheidungen, so, alles, was du machst, ist richtig, und wenn du daran glaubst, Digga, dann ist es auch so, und ich sage dir ehrlich, ganz ehrlich, also, ich hatte auch so gedacht, ah, im Winter zurückgehen, bisschen Stier und so, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann gesagt, so, Bruder, der Sommer in Deutschland ist es auch nicht mehr, nachdem du das erlebt hast, was du erlebt hast, so, also im Sommer will ich eigentlich nicht gerne hier sein, weil im Sommer ist hier ja so, so Fake-Sommer, weißt du, im Vergleich zum Mexiko-Sommer oder Karibik-Sommer, so, deswegen, die Winter-Vibes hast du in den Ländern nicht, deswegen will ich die hier catchen, und mein Opa hat Geburtstag am 15. November, der wird alt, weißt du, der ist schon über 80, und man weiß nicht, wie lang man noch, und wie oft man noch, und deswegen bin ich froh, dass ich hier bin, meine Tante hat in der Zeit Geburtstag, mein Bruder hat in der Zeit Geburtstag, jetzt im Anfang Dezember, dann kommt Weihnachten, Bruder, mit der ganzen Familie zusammen und so, ist schön, Digga, ich freue mich drauf, Family-Tin, man, best du, fragt einer, wo ich mein Hauptquartier aufbauen werde, ich meine, grundsätzlich bin ich erstmal dankbar, halt, dass ich hier in Hannover bei meiner Mom ein Zuhause habe, wo ich sein kann, so, natürlich bin ich einer, der gerne auch alleine lebt, so, gerade mit dem Alter, ich bin 31 fucking Jahre alt, und würde schon, also muss, also, und ich bin auch ein schwerer Mitbewohner, so, aber grundsätzlich bin ich erstmal hier, und dann werde ich einfach schauen, ich hab da in die Richtung auch noch gar nicht so viel geplant, oder so, ich hab das gar nicht richtig, so, ich bin einfach meinem Herzen gefolgt erstmal hier hingekommen, und alles andere wird sich jetzt Step by Step auch ergeben, da bin ich zuversichtlich, gerade in Deutschland, Mann, ich bin halt auch ein Typ, keine Ahnung, ich hab immer das Gefühl, hier ergibt sich auch vieles, war ja schon immer so, es kommt ja angeblich jetzt der kälteste Winter seit 10 Jahren aus DE zu, geil Bruder, und ich direkt drin, Bro, mit mexikanischen Vibes, Digga, fuck Bruder, riesen Respekt, dass du deinen Traum durchziehst, die Leute reden, die Leute, die Leute reden, sind Neider, weil sie die Eier nicht dazu haben, ach Bruder, ich seh das gar nicht mehr so negativ, Mann, Leute sind halt mitteilungsbedürftig, gerade im Internet, so weißt du wie ich meine, kommentierende Menschen sind oft mitteilungsbedürftig, weißt du, und die wollen auch einfach nur ein Gehör für ihre Meinung irgendwo haben, und die projizieren halt auch ihr eigenes Leben auf Personen des öffentlichen Lebens, so weißt du, die fragen sich immer, würde ich das so machen, würde ich das so sagen, würde ich dies so tun, würde ich dahin reisen, würde ich nicht reisen, und dann müssen sie, also dann ist es halt auch heutzutage leicht, einfach dann seine Meinung abzugeben, und das dann reinzuschreiben, so, ich nehm das mir gar nicht mehr so krass zu Herzen, Bro, weil am Ende des Tages, muss ich für mich entscheiden, was das Richtige ist, wo ich mich gut fühle, was der nächste Schritt ist, wie der nächste Move ist, und so, deswegen, Mann, Bro, fuck it, so, weißt du, schöne Grüße gehen raus an alle Leute, die hier einfach zuschauen, Bro, egal in welche Richtung, du bist jetzt am Arsch, Winter, Bro, am Arsch, denn, man, gib mir die Amarschi-Vibes, alle reden von Klimawandel, und es wird immer heißer, wir hatten so viele Wolkendecken, ich hab meine Oma und Mutter gefragt, beide haben gesagt, so einen Sommer haben die in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt, kein Plan, vielleicht Camp Trades, aber was weiß ich schon, Bro, ist doch scheißegal, weißt du, ich mein so, wenn du Bock hast auf einen geilen Himmel, und einen guten Sommer, Germany is out, man findet Zeit, weißt du, macht euch auch locker, macht euch frei, Digga, so für mich ist jetzt, ich nutze die Vorteile von Deutschland, wie ich mich fühle in Deutschland, weißt du, was mir gut tut in Deutschland, und wenn ich wieder Lust hab auf was anderes, dann Germany is out für eine Zeit, weißt du, ist doch nicht verkehrt, ich will auch dazu anregen, dass Leute sich trauen, einen Move zu machen, weißt du, wie ich mein, einfach auch mal rauszugehen, einfach mal zu sagen so, Bro, kein Bock auf den deutschen Sommer, ich verbring den Sommer jetzt irgendwo in fucking Santorini, oder was weiß ich, so, es ist nur ein Leben, ganz genau, Arnello, je, 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 und das sollte man so gestalten, wie man das für sich für richtig hält, und nicht wie andere Leute es von einem erwarten, oder was andere Leute einem eintrichtern, und ich weiß ganz genau, dass wir hier so eingetrichtert bekommen haben, dass man sowas nicht machen kann, weißt du, wie ich mein, dass man erstmal auf sein Vorankommen, seinen Erfolg, seine Karriere gucken muss, Geld verdienen muss, seine Rente safen muss, und dann darf man erst so, aber es ist nicht der Fall, und ich merke auch, immer mehr junge Leute sind auch immer mehr open-minded, was auch Reisen angeht, was einfach mal rausgehen angeht, was auch, keine Ahnung, Offenheit anderen Kulturen, Völkern, Religionen gegenüber, und das tut uns gut, gerade uns Deutschen, weißt du, wir sind manchmal so ein ängstliches Volk, wir mögen neue Sachen nicht, aber reisende Deutsche, die weltoffen sind, sind mit die geilsten Menschen, die ich getroffen habe, oder auch auf der Reise, weißt du, ich habe in Mexiko sehr, sehr viele Deutsche kennengelernt, und die sind geil, weil Deutsche haben sehr viel geile Eigenschaften, sehr viel gute Eigenschaften, und wenn das dann noch schön mit Weltoffenheit, und offenem Mindset kombiniert ist, dann sind wir schon ein geiles Volk so, siehst gut aus wie nie, wollte ich einfach mal erwähnt haben, Sonne tut anders gut, correct bro, ich war schon fast eine Woche nicht mehr beim Barbershop, oder, Fade ist nicht mehr so fresh, oder, aber danke auf jeden Fall für das Kompliment, ja und dein Gesicht scheint wie die Sonne, ich bin die Sonne bro, ich habe sie mitgebracht, hast du Wohnung gekündigt in Mexiko, Bruder, ich habe keine feste Wohnung in Mexiko gehabt, so, das ist ja da alles voll entspannt und easy, Mann, Digga, ich habe da monatlich einfach gemietet, weißt du, so, ich habe keinen Mietvertrag gehabt, ich habe keine Bindung gehabt, oder so, ich konnte rein raus, wann ich wollte, das ist natürlich hier nicht so entspannt, ich habe auch schon mal so reingehört, bei ein, zwei Leuten wohnungsmäßig, also auch, Aufrufer neulich, Digga, egal erstmal wo in Deutschland, wenn einer irgendwas am Start hat, was easy zum rein rausgehen ist, so, sagt mir Bescheid, hier ist halt nicht so, ne, eigentlich, hier muss man schon, alles schön nach Plan und Regeln und, weiß ich, weil so, muss alles strukturiert sein, muss Schufa, Abfrage machen, Immobilien Scouts, schön anschreiben, mit vernünftigem Anschreiben, Mexiko so, ey, ist free, Fragezeichen, yes, ist free, kann ich morgen, kann ich morgen gehen? Ja, du kannst morgen, all right, let's do it, Mann, Alter, Mexikansstyle, anhören, komm nach Luxemburg, Bro, oh shit, man, Alter, was geht ab, Bro, shit, Allah, Joe is in the building, man, Bruder, safe, ich hab gesehen, du machst auch gute Sachen, Bruder, du musst dich auf jeden Fall mal bei mir melden, wir müssen auf jeden Fall mal was zusammen machen, auch mit deinen Lederjacken, was du da machst, und auch mit den Schuhen und so, Bro, trust me, wir müssen da irgendwas Bionique mäßiges machen, Brodi, ich komm dich auf jeden Fall mal besuchen in Luxemburg, und dann quatschen wir mal, reicht, oder? It in man ist ein Movement, wie die Welle, ich schwöre, Bro, das ist Fakt, was du sagst, das ist Fakt, wir haben da auf jeden Fall ein krasses Movement draus gemacht, Digga, erst ich und Fanus, dann ihr als Community, habt es krass verbreitet damals, wo wir noch den heftigen Hype hatten, so, Bro, ganz Deutschland hat zu geredet, die größten YouTuber von Mois bis Inscope, bis was weiß ich, jeder hat dieses, selbst Julian Zietlow, Digga, der ein Hater von mir war, hat angefangen irgendwann mit It in man, weißt du, ich meine so, Bruder, das ist einfach wild, also es ist einfach auch, das hat halt so ein Ding, so einen krassen, ich weiß nicht, wenn man das einmal drin hat, dann denkt man in jeder Situation an It in, an It out oder an Vibes irgendwie so, wenn man das einmal in sich drin hat, dann ist das so, geht das auch nie wieder weg, Justine genauso, die denkt, der hat auch gemeint, die denkt in jeder Situation an It in oder It out, man so, das ist krass, also das hat irgendwie den Nerv der Zeit getroffen damals, sag mal auf YouTube Bescheid, dass du hier auf Twitch online bist, ja Bro, mach ich, ich versuche das so einzurichten, dass ich im nächsten Stream mal parallel online gehe, ach krass Digga, wir haben 100, über 100 Zuschauer Digga, 175 Zuschauer Bro, Gott damn Digga, für den ersten Stream nach gefühlt einem halben Jahr, ich küsse euer Herz, dabei ist alles man, geil, einer sagt, hast du Mischa in Mexiko getroffen, ja tatsächlich, habe ich sogar, habe ich, einfach in Tulum getroffen, random, wir saßen in einem Restaurant und so, mit Laura war ich in einem Restaurant, ich gucke so nach links Digga und auf einmal sehe ich so, Bro, ich kenne den noch irgendwoher und dann war der da, so, der war einfach da und dann haben wir gequatscht und so, aber ich habe gemerkt, der Bruder hat immer noch negative Vibes mir gegenüber im Herzen wegen der, wegen den Sachen, die damals passiert sind, so, was ich irgendwie total komisch finde, so, weil am Ende des Tages haben die mich mehr gefickt, als ich die und ich habe null negative Vibes denen gegenüber im Herzen, so, und, äh, dass da wegen so paar Aktionen, die wir mit Emi und so damals gemacht haben, dumm, so jung, was nicht mal richtig krass verwerflich war, finde ich persönlich, so, dass da immer noch was drin ist, hätte ich nach dem ganzen Shit, den er sich reingefetzt hat, hätte ich nicht erwartet, Bruder, sage ich dir ehrlich, Bruder, weil es ja so, Ego töten, dies, das, bla, so, keine Ahnung, warum und wieso und weshalb, aber, ist was es, ist, und, so,